Wir starten, wie angekündigt, mit einem Video von unserem Fachpreisleiter für Game Engineering, dem Lars, der eben die Engines mal vorstellt, hat er zu Hause aus dem Homeoffice im ländlichen Brandenburg aufgenommen, oder Sachsen-Bahnpark, ich glaube, wir sind ganz schön weit weg, aber auf jeden Fall ländlich und gemütlich und das hat er uns zur Verfügung gestellt, dass er heute nicht hier sein muss oder kann, haben wir jetzt aus der Entfernung einen schönen Augenblick zu den Engines. Also für alle, wer interessiert sich für Game Engineering? Ach, mal das traurige Bild. Trotzdem, wer Interesse hat, einfach mal zu verstehen, was so verschiedene Engines, wie die sich so unterscheiden, der sollte jetzt dabei bleiben. Und go! Herzlich willkommen in der School for Games. Mein Name ist Klaas Kokomo und ich bin der Fachbereichsleiter für Engineering. In diesem Video möchte ich euch den Fachbereich vorstellen. Und damit das Ganze nicht furchtbar trocken wird und ich euch nur mit Statistiken und Fakten erschlage, habe ich mir ein Thema ausgesucht, an dem ich euch illustrieren möchte, wie interessant und vielfältig die Aufgaben meines Programmierers in der Spieleentwicklung sind und was das Ganze zu einer sehr kreativen Aufgabe macht. Und zwar geht es um die Frage, warum gibt es eigentlich so viele Game Engines? Wenn man auf Wikipedia nach Liste von Spiel-Engines sucht, findet man diese Seite. Viele dieser Engines sind Inhouse-Engines, das heißt Engines, die von einer Firma nur für die eigenen Spiele geschrieben wurden und in der Regel nicht für Außenstehende verfügbar sind. Aber auch wenn man diese außen vor lässt, bleiben immer noch viel mehr Engines, als man jemals brauchen könnte. Könnte man jedenfalls denken. Um eines vorwegzunehmen, es hat wenig damit zu tun, was man mit diesen Engines machen kann. Mit jeder Engine lassen sich theoretisch dieselben Bilder auf den Bildschirm bringen und dieselben Spiele umsetzen. Um anschaulich zu erklären, warum das so ist, sehen wir uns erstmal an, was eine Engine eigentlich ist. In der Anfangszeit der kommerziellen PC-Spiele war DOS das verbreitetste Betriebssystem, das nicht nur für eine Hardware gedacht war. Systeme wie der C64, der Amiga oder der Atari ST nutzten immer dieselbe Hardware. Einen IBM-kompatiblen PC konnte man sich aber genauso frei zusammenstellen wie einen heutigen Windows- oder Linux-PC. Das war ein Problem für Spieleprogrammierer, denn nicht jedes Gerät verstand dieselben Befehle. Um unterschiedliche Grafik- oder Soundkarten unterstützen zu können, mussten Teile der Spiele mehrfach geschrieben werden. Dieses Problem löste Microsoft in Windows 95 mit der Schnittstelle DirectX, parallel dazu entstand die Open-Source-Library OpenGL, die denselben Zweck erfüllen sollte. Mit diesen beiden Code-Libraries erhält man als Programmierer einen sogenannten Hardware-Abstraction-Layer. Anstatt jede einzelne Grafikkarte direkt anzusprechen, braucht man nun nur noch den HAL anzusprechen und dieser übersetzt die Befehle dann für die tatsächlich vorhandene Grafikkarte. Die Arbeit mit diesen Schnittstellen ist aber vergleichsweise mühsam, da man jede Option, die die Hardware hat, auch selbst einstellen muss. Viele dieser Optionen werden aber in Spielen nie gebraucht, sind teilweise sogar veraltet oder Platzhalter für kommende Features oder ermöglichen sinnlose Kombinationen. Dieser Code stellt beispielsweise nur ein leeres Fenster für eine DirectX-Applikation her. Deswegen sind Frameworks entstanden, die einem viele Optionen vorenthalten, die man meist ohnehin nicht verändern will. Im Framework SFML sähe der entsprechende Code beispielsweise so aus. Diese Art von Frameworks vereinfachen dabei nur die Arbeit mit der Hardware, ohne viel am grundsätzlichen Vorgang zu ändern. Dieser Vorgang sieht so aus. Einzelne Punkte werden in den Speicher der Grafikkarte geladen. Anschließend wird auf der Grafikkarte ein Programm ausgeführt, das für jeden Punkt errechnet, wo er sich abhängig von der Kameraposition auf dem Bildschirm befinden soll. Als nächstes verbindet der Rasterizer, der auch fest auf der Grafikkarte verbaut ist, diese Punkte zu Dreiecken und bestimmt, welcher Pixel sich in welchem Dreieck befindet. Auf jeden Pixel wird dann ein weiteres Programm aufgerufen, welches die Farbe des Pixels bestimmt. Was auf dem Bildschirm zu sehen ist, hängt also letztendlich nur von der Qualität der verwendeten Daten und von den beiden Programmen, Vertex Shader und Pixel Shader genannt, ab. Auf der Seite ShaderToy kann man sich Beispiele ansehen, was allein durch geschickt programmierte Shader erreicht werden kann. Für diese Grafiken wurde keine Landschaft per Hand editiert und es wurde abgesehen von den Shadern kein spezieller Code geschrieben. Wenn man jetzt aber ein Spiel nur mit Hilfe von Frameworks schreiben will, wird man immer wieder in dasselbe Problem laufen. Bei zu vielen Objekten im Spiel wird die Performance zu schlecht. Die Grafikkarte schafft es nicht, jedes Bild schnell genug fertigzustellen, um eine ausreichend hohe Bildwiederholrate zu erreichen und das Spiel fängt an zu ruckeln. Das hängt vor allem damit zusammen, dass jedes Objekt die Render-Pipeline durchläuft, egal wo es sich befindet. Wenn aber der Vertex Shader Positionen errechnet, die nicht auf dem Bildschirm liegen, dann wird es auch keine Pixel in diesem Dreieck geben. Der Pixel Shader wird nicht ausgeführt werden und es wird sich am Ergebnis nichts ändern. Oder mit anderen Worten, ein Objekt hinter der Kamera ist nicht zu sehen, wird aber dennoch berechnet. Um dieses Problem zu lösen, gibt es verschiedene Culling-Verfahren. Als Culling bezeichnet man das Aussortieren von irrelevanten Daten, noch bevor sie teure Berechnungen verursachen. Das Backface Culling filtert alle Rückseiten von Objekten heraus, das Frustrum Culling alle Objekte, die nicht im Sichtfeld der Kamera sind, und das Occlusion Culling alle Objekte, die hinter anderen Objekten verborgen sind. Optimierungen dieser Art sind der definierende Bestandteil einer Engine. Eine Grafik-Engine filtert Grafikobjekte, eine Sound-Engine, Soundquellen, eine Physik-Engine filtert Objekte, die nicht kollidieren und so weiter. Eine Spiel-Engine kombiniert mehrere solcher Engines, sodass Objekte sichtbar, hörbar und physikalisch simuliert werden können. Für uns Programmierer hat das weitaus schwerwiegendere Folgen, als man auf den ersten Blick denken könnte. Um zu ermitteln, welches Objekt relevant ist, muss man die Spielwelt erst als Sammlung von Objekten definieren. In Frameworks war das nicht nötig. Dort können geladene Grafikdaten wie ein Stempel verwendet und beliebig oft in einem Bild dargestellt werden. Um in einer Engine ein Objekt mehrfach darzustellen, muss man mehrere Kopien dieses Objekts erstellen, und das ist in der Regel recht fordernd für die Hardware. Die Vorstellung, dass man ein Spiel wie aus Bauklötzen zusammensetzt, anstatt es wie mit einem Pinsel zu malen, ist also eine Notwendigkeit für die Arbeitsweise von Engines, schränkt aber gleichzeitig die künstlerischen Freiheiten ein. Daher gibt es auch heute noch regelmäßig Spiele, die ohne eine bestehende Engine programmiert werden. Das wahrscheinlich bekannteste Beispiel dafür ist Minecraft. In diesem Spiel gibt es keine Objekte, sondern alles wird aus Würfeln zusammengesetzt. Der Spieler betritt eine Welt mit Bergen und Bäumen, aber da es sich aus Sicht des Programmcodes nicht um Berge und Bäume handelt, sondern nur um Gruppen von Würfeln, lässt sich alles auseinandernehmen und neu zusammensetzen. Wenn man heute von Spiele-Engines spricht, denken die meisten an das, was man sieht, wenn man ein Programm wie Unity öffnet. Unity besteht aber aus weit mehr als nur der Engine. Unity ist eine Engine, so wie ein Auto ein Motor ist. Sicher ist die Engine der zentrale Teil von Unity, man erhält aber außerdem einen Editor, mehrere Skripsprachen, eine Sammlung an mitgelieferten Shadern und vieles mehr, die die Arbeit mit der Engine vereinfachen und beschleunigen, ohne sie im Grundprinzip zu ändern. Aber auch wenn wir aus der Liste der Spiel-Engines alle rauslassen, die nicht mit einem Editor, Skripsprachen und Shadern ausgeliefert werden, gibt es immer noch überraschend viele. Um zu erklären, warum das so ist, möchte ich euch eine Aufgabe stellen. Stellt euch vor, ihr würdet in einem Bewerbungstest die Aufgabe bekommen, dieses Blatt zu füllen. Was würdet ihr machen? Und jetzt eine ganz andere Aufgabe. Stellt euch vor, ihr würdet in einem Bewerbungstest die Aufgabe bekommen, dieses Blatt zu füllen. Was würdet ihr jetzt machen? Und nun stellt euch vor, ihr würdet in einem Bewerbungstest die Aufgabe bekommen, dieses Blatt zu füllen. Was würdet ihr jetzt machen? Ihr hättet jedes Mal dasselbe machen können. Auf jedem der Blätter und mit jedem der Schreibwerkzeuge hätte man einen Text schreiben oder etwas zeichnen können. Aber aufgrund der Erwartungshaltung, die die Werkzeuge bei uns erwecken, machen wir es nicht. Mit Game Engines ist es ganz ähnlich. Jede ist mit unterschiedlichen Voraussetzungen gebaut worden und wird daher ein eigenes Profil aus leicht verwendbaren und schwer erreichbaren Features haben. Als Beispiel habe ich eine Art vereinfachtes Pac-Man programmiert. Man kann sich in einem Labyrinth bewegen und Bälle einsammeln. Gegner gibt es allerdings nicht. Als erstes versuche ich daraus in Godot ein interessantes Spiel zu machen. Godot ist eine Open Source Engine, die in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen hat. Ihr interner Aufbau setzt auf strikte Objektorientierung und ihre Skriptsprache ist gut lesbar. Dadurch ist sie für Anfänger besonders gut geeignet, ist aber dennoch eine vollwertige Profi Engine und daher verwenden wir sie im ersten Semester. Da ich von der Engine angehalten werde, alles als Objekt im Sinne der objektorientierten Programmierung zu bauen, ist es hier recht einfach Elemente wiederzuverwenden. Hier habe ich also einfach zwei statt einem Spiel instanziert, sodass jetzt zwei Spiele an einem Rechner gegeneinander um die Wette sammeln können. Als nächstes habe ich den Prototyp in Unity gebaut. Unity war die Engine, die die Kombination aus Editor, Skriptsprache und anderen Tools populär gemacht hat. Und zusammen mit ihrer entwicklerfreundlichen Preisgestaltung hat sie erreicht, dass sie heute der de facto Standard ist. Daher werden unsere Projekte ab dem zweiten Semester mit Unity umgesetzt. Denn mit dieser Engine werden unsere Absolventen auch höchstwahrscheinlich in ihrem ersten Job zu tun haben. In Unity werden Spielobjekte aus Komponenten zusammengesetzt. Da wo ich in Godot beispielsweise eine Spielfigur hatte, die sich bewegen kann, habe ich hier ein GameObject mit einer Bewegungskomponente. Daher ist es jetzt naheliegender, diese Komponenten auf alle Elemente im Spiel anzuwenden. Auch hier habe ich wieder ein lokales Multiplayer-Spiel gebaut. Diesmal steuert aber einer den Pac-Man und der andere läuft ihm möglichst lang mit den Bällen davon. Die Unreal Engine ist eine der ältesten Spiele-Engines, die noch in Verwendung sind. Aktuell wird die Version 4 verwendet, Version 5 wurde für nächstes Jahr angekündigt. Neben Unity ist sie die meistgenutzte Engine. Daher können unsere Schüler in den letzten beiden Semestern wählen, ob sie statt mit Unity mit Unreal arbeiten wollen. Der Einstieg in Unreal wird von vielen als schwierig empfunden. Das kommt daher, dass Unreal recht viel von der Architektur vorgibt. So habe ich hier beispielsweise keine einheitliche Spielfigur, die auf Tasteneingaben reagiert. Stattdessen habe ich einen Controller, der die Eingaben abfragt und den Befehle an eine sichtbare Spielfigur umwandelt. Diese Architektur hat den Vorteil, dass sie leichter im Netzwerk verwendet werden kann. Denn bei einem Netzwerk-Multiplayer-Spiel steuert jeder nur eine Figur auf seinem Rechner, bekommt aber alle dargestellt. Dementsprechend habe ich hier recht leicht einen Netzwerk-Multiplayer-Modus einbauen können. Dies sind die drei Engines, die wir in der Ausbildung unterrichten. Es gibt aber natürlich noch viele andere. Hier sind noch zwei Beispiele, wie sich unser Spiel entwickeln könnte, wenn ich eine andere Engine gewählt hätte. Blender ist ein Programm, mit dem sich die Geometrie der Spielfiguren und Objekte editieren lässt. Die Armory-Engine ist so gebaut, dass sie sich direkt in Blender integriert. Dadurch ist es etwas umständlicher, die Engine zu bedienen. Auf der anderen Seite ist es aber viel einfacher für Grafiker, die Spielwelt anzupassen. Hier wäre es also naheliegend, das Spielfeld ganz individuell zu gestalten. Ich bin kein Grafiker, deswegen habe ich hier nur beispielhaft alles etwas verformt. CryEngine, Lumberyard oder das hier verwendete Unigine 2 sind Engines, die für offene Außenlandschaften gebaut wurden. CryEngine wurde zusammen mit dem Spiel Far Cry entwickelt, das in solchen Landschaften gespielt hat. Lumberyard ist eine von Amazon angepasste Version der CryEngine. Unigine 2 hingegen war lange aus der Spieleentwicklung verschwunden und wurde vor allem an Entwickler von Simulationen verkauft. Seit einiger Zeit ist sie aber mit einer Community-Version frei erhältlich. Durch den Fokus auf Außengelände war es recht naheliegend, das Spielfeld mit Gras, Büschen, Bäumen und Wasser zu verschönern. Ich hoffe, dass nachvollziehbar wurde, dass es zwar möglich ist, in jeder Engine dasselbe Spiel zu bauen, in der Praxis wird das jedoch selten der Fall sein. Dafür ist es zu schwer, sich als Programmierer von den gedanklichen Konzepten der Engine zu lösen, zu riskant eine Engine für etwas zu benutzen, für das sie nicht konzipiert wurde und zu unwirtschaftlich die Stärken einer Engine nicht auszunutzen. Genauso wie es die Aufgabe eines Grafikers ist, Grafiken anzubieten, die den besten Nutzen aus der verwendeten Plattform ziehen und wie es die Aufgabe eines Game Designers ist, Spielideen vorzubringen, die die Zielgruppe am besten ansprechen, so ist es unsere Aufgabe als Programmierer, Features vorzuschlagen, die möglichst viel Nutzen aus der technischen Basis ziehen.